Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Minigames mit dem Marvin Hallo Und ja, ihr denkt euch vielleicht, was ist denn jetzt mit dem Neo los, da kommen so wenig Videos, ja, tut mir leid Aber ist nun mal leider so, im Moment habe ich so eine kleine Down-Phase irgendwie mit den Videos Weil, ja, ab und zu, wenn ich aufnehme, habe ich dann einfach da einen Ruckler, da ist dann die Video-Qualität scheiße Ich habe einfach immer so etwas, was mir irgendwie so einen Anlass gibt, kein Video zu machen Und ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt oder nicht Aber da kommen dann halt schon mal so Gedanken, da denkst du dir einfach irgendwie, hast du überhaupt noch Lust auf Minecraft Minigames, ob du das aufnimmst Und so weiter und so fort und, ähm, wäre einfach mal nett, wenn ihr irgendwie sowas wie, ähm, äh, wenn ihr einfach mal was kommentieren könnt Wie zum Beispiel, mach weiter oder sowas Das einfach so ein bisschen Motivation geben, weil im Moment ist echt wenig, ähm, wenig Feedback von euch da auch Ich will euch da keinen Vorwurf oder sowas machen, weißt du Aber wenig Feedback ist im Moment da Jawohl Wenig Feedback ist im Moment da zum dritten Mal Und, ähm, dann auch noch die Probleme, die da gegenarbeiten Das ist echt ab und zu einfach Einfach nicht das Wahre Ihr könntet ja auch jetzt gerade so mal spontan in die Familie Ihr könnt auch einfach mal reinschreiben, welche Minigames ihr sonst so sehen wollt Was gibt da nicht nur Blitz-Survival? Du hast ja Marvin, Alter, da haut mich wieder Alter, ich weiß Hinter mir schaut mich auch noch mehr Was ist denn? Misch mich mit ein Warte Alter Komm, er ist tot Jawohl, und genau Aber ich will jetzt natürlich nicht die ganze Folge irgendwie mies reden oder sowas alles Ich merke halt schon wieder, wie die FPS im Gegensatz zu vor der Aufnahme einfach schlechter sind Und das ist dann halt einfach so was Das ist scheiße Ich weiß, ich nehme Ich habe einen Brusthansch für dich, wenn du brauchst Ich habe Leder Okay, dann schmeiß ich den Leder weg hier Weil, äh, soll ich jetzt erstmal gleich die Diamanten Genau, weil, ähm Es ist einfach so, äh, ich, ich nehme mit einem Was ist da draußen los? Ich nehme mit einem kostenlosen Aufnahmeprogramm auf Broadcaster Software ist auch eigentlich relativ gut, aber Im Moment ist einfach irgendwie Ich weiß nicht, mit was ich gut aufnehmen könnte, was, äh, professionell ist Brauchst du Kettenschuhe? Ne, ich habe Eisen Okay Warte, ich komme, ich muss mal eben bei dir Okay, da vorne wissen, was geht da noch Ja, ich bin da, ja Aber wie gesagt, ihr kriegt jetzt hier erstmal eine neue Folge Und ich weiß nicht, wie das aussieht, so mit dem, mit dem Schleifen lassen im Moment Wäre halt, wie gesagt, mal nett, wenn irgendwie Ein bisschen Resonanz kommt Wie gesagt, so wie ich es in den Wald reinschalte, so schalt es auch wieder hinaus Jetzt fängt es draußen an zu gewittern Warte, das hört man jetzt nicht allzu laut Da ist, glaube ich, jemand AFK Nein, der ist nicht AFK, der hat mir sogar noch gehauen Warte 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 Brauchst du einen Steinschweb, Marvin? Ja, auf jeden Fall, brauche ich ja Hab ich rausgeschmissen Ich hoffe, das ist jetzt nicht so nervig mit dem Gewitter Also siehst du, das ist ja schon wieder so ein Faktor, weißt du Jetzt stellt wieder ein Gewitter als Hintergrundgeräusch Gesundheit Dankeschön Zack, zack, gut sagst du, Alter Wie gesagt, das sind dann halt einfach so Da gibt es einfach so ein paar Sachen, die lassen mich einfach so ein bisschen Marvin, da kommt einer Demotiviert sein Alter, was ist der von einem Rainshot? Nein, 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 ich beschütze, ich beschütze Alter, warte, ich komm, ich sammle den restlichen Shit auf Marvin, da kommt noch einer Ich kümmere mich drum Der hat Pfeile Ich hab keinen Bogen oder was Komm, den hast du, oder? Ja, locker, easy Komm, ich sammle wieder den Rest auf Erstmal irgendwo in die Ecke, Alter Ja, wie gesagt, ich hoffe Ich will jetzt auch nicht allzu lange drauf rumreden Das war einfach nur, jetzt kennst du ja zwei Maps kaum immer Ich will da jetzt auch nicht allzu viel mies reden Alter, ich hab Haltbarkeit und Schärfe auf mein Dia-Schwert gekriegt mit Level 1 Leul, ich hab zwei Kills, war ich nie hier Ah, die da drin waren, genau Ein paar Mide Vielleicht schmeiß mal kurz Sachen raus Alter, ich hab doch einen Bogen Nice Nein, du bestützt mich, du passt ja gerade mal auf mich auf, ne? Natürlich passe ich auf dich auf German GT steht nämlich nicht für German Trollers, sondern für German Teamplayer Haha, auch ein Alternativname Nee, Spaß beiseite So, einfach gut gelaunt Kommt jetzt hier wieder ein bisschen, ein bisschen Stimmung rein Eigentlich schon wieder die FPS-Maker kriege ich eigentlich schon wieder kotzen, aber Machst einfach nix, dann machst du überhaupt nix Werde, ich werde wieder in der Aufnahme schauen, bevor ich das hochlade Seher da drückeln und verwerf die Aufnahme wieder in Könnt Heulen gehen Weißt du, bevor der ganzen Wichse hier, bevor ich Equipment und sowas zugelegt habe Überhaupt keine Probleme mit FPS, überhaupt keine Probleme und alles Die Grafik war ein bisschen kacke, aber Seitdem ich jetzt aufgerüstet habe Zack Erstmal die Auflösung scheiße Zack FPS Probleme Was ist dat? Was ist dat? Ja, du hast ja in deinem Bildschirm gekauft, wolltest dann die Grafik hochstellen Und die Grafik hochstellen, hast dann halt Sachen irgendwie geändert, die halt Sag ich mal, an sich gut liefen und dann hat es halt Probleme gegeben Ja Du hast'n Willst'n Okay, was soll ich machen? Sag ich war alt, okay Ja, ich würde sagen, wenn du es kaufst, dann sollten wir es auch mal ausprobieren Okay, meine XP Flasche wenigstens etwas XP bekommen Was zu frozen Das nennt sich XP Flasche Ich geb hier so mit krassen Ach verdammt, ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt gerade Aber dann passt du mal ganz kurz auf mich auf Ja, ich bleib hier bei dir Aber beziehungsweise Leute, hier hab ich doch auf unbegrenzt Wenn ich die Sichtweite nämlich ein bisschen runter mache Wieso geht's da nicht besser? Alter, jetzt wird das ja richtig krass haben Alter, jetzt geht's ja richtig mit krassen Rucklern, Alter Ich denke, wir gehen einfach mal kurz, mach mal die Sichtweite mal ganz krass runter Ich zocke auf komplett weit und äh Ja, das ist die Aufnahme dann noch dazu, die das Machen wir mal Ja, das weiß ich Machen wir mal so Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm Also geht das einigermaßen Da vorne sind zwei, ist auch ein Team, oder? Die gehen jetzt Ding hier rein Jetzt hab ich den Grafikmodus jetzt nicht auf schön gemacht, sondern auf schnell Dadurch hab ich jetzt erstmal keine Rucklern Ja, wie kommt man da hoch, Marvin? Ja, hier ist die Treppe Hier hinter mir ist der Pisser jetzt, Alter Hä? Oder habt ihr nicht mal bemerkt? Egal, ich geh da rein Fuck, Alter, mach dir das gut Ah fuck, ich bin wieder runtergefallen No problem, Neo, lass dich mal dahin Ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt Was hatten die denn eigentlich? Warte, ich guck mir das mal kurz an Aber wir beide sind die letzten beiden Ja Ich würde sagen, jetzt stellen wir noch ein bisschen kurz Jetzt warten wir, bis das Finale anfängt Jetzt zeig ich ein Level, das erste Mal Na komm, jetzt zeig wir euch hier mit dem Scheiß zu Sag, wer braucht das? Übernen Stack Pfeile, Bitch Ja, das ist auf jeden Fall easy für dich eigentlich Obwohl das ein bisschen wenig Leben Oh, ich bin jetzt hier mit dem Tag gekickt hier Ja, war easy für dich Zack, jetzt seht ihr das hier in meinen geilen Dance, Alter Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier lieber mal einen kleinen Cut Und zwar hat das Ganze einen mehr wissenswerten Nährwert Und zwar möchte ich nämlich ganz gerne wissen, wie die Qualität davon war Deswegen gucke ich mir die jetzt erstmal an Bevor ich jetzt hier eine 30 Minuten Aufnahme mache Die dann im späteren Sinne scheiße ist Deswegen bedanke ich mich jetzt hier recht herzlich fürs Zuschauen Ich hoffe, auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen kurz Geht gar nicht mehr bei mir klar, Alter Wenn die kürzer war, hoffe ich sehr durch trotzdem gefallen Und dann haut rein, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss